In den vergangenen vier Jahren HDJ und Produzent Robin Schulz, 31, mehr als 250 Gold- und Platin-Ehrungen erhalten, und nun ist er um eine weitere Auszeichnung reicher. Seine Single, Unforgetable, hat in Deutschland offiziell Gold-Status erreicht, wie Warner Music am Donnerstag bekannt gegeben hat. Der Deep House Track war bereits seine achte Nummer 1 Single in den deutschen Charts. Der DJ aus Osnabrück wird außerdem den gesamten Sommerschuss auf Ibiza spielen und dabei wöchentlich im Pache und Ushuaia auftreten. Dabei werden seine größten Hits, Raya MC, Suncoestown und natürlich Unforgetable mit Sicherheit für großartige Party-Stimmungen sorgen.